Ich habe in den letzten Jahren einige unterschiedliche Geschäftsmodelle ausprobiert, habe schon einige Unternehmen im Immobilienbereich gegründet und bin auch ein Airbnb-Gastgeber mit rund 50 Wohnungen. Und in diesem Video verrate ich euch die fünf größten Vorteile, die ich in dem Geschäftsmodell der Airbnb-Vermietung sehe. Mein Name ist Tobias Lederholter und willkommen in der Frühpensum. Der erste große Vorteil ist für mich, dass man Airbnb mit relativ wenig Startkapital starten kann. Vor allem im Vergleich zu anderen Geschäftsmodellen kommt man bei der Airbnb-Vermietung deutlich günstiger weg. Vor allem, wenn du in den Bereich der Airbnb-Arbitrage gehst, sprich eine Wohnung zu mieten, um sie dann über Airbnb weiter zu vermieten, solltest du mit wenigen tausend Euro durchkommen. Und deswegen eignet sich Airbnb auch als Geschäftsmodell für Personen mit begrenzten Budgets, junge Leute, die ein Geschäftsmodell suchen, mit dem sie durchstarten können, mit dem sie sich etwas aufbauen wollen. Ich habe meine allererste Wohnung auch mit ungefähr 3000 Euro eingerichtet, auch wenn es jetzt schon ein paar Jahre her ist und die Inflation in der Zwischenzeit ja doch ein bisschen gestiegen ist, gibt es immer noch einige Tricks, wie du sehr preiswert deine erste Airbnb-Wohnung einrichten kannst. Denke zum Beispiel an gebrauchte Möbel. Hier gibt es ja im Internet wirklich coole Seiten, wo du gebrauchte Möbel finden kannst, die a. cool aussehen, gut in Schuss sind und vor allem aber auch deutlich, deutlich günstiger sind als die Möbel aus den Möbelgeschäften. Also gebrauchte Möbel, gerade am Anfang ein sehr guter Weg, wie du hier sehr viel Geld sparen kannst. Und dann natürlich auch, wenn du am Anfang viel Zeit hast und auch das notwendige Geschick, kannst du diese Möbel selbst transportieren, aufbauen, alles in der Wohnung so aufbereiten, dass du eben deine erste Wohnung Airbnb-ready bekommst, ohne dass du einen externen Handwerker zahlen musst. Also hier kannst du wieder Geld sparen und ihr seht, es gibt Wege, wie du mit sehr wenig Kapital dein erstes Airbnb starten kannst. Und wenn du Airbnb richtig angehst, dann sollte dieses erste Investment von einigen tausend Euro in wenigen Monaten oder zumindest wenigen Quartalen wieder zurückverdient sein. Und das bringt es auch zu unserem zweiten Punkt, nämlich dass Airbnb ein Geschäftsmodell ist, das das Potenzial hat, hohe Einnahmen zu erwirtschaften mit relativ guten Profitmargen. Vor allem im Vergleich zur herkömmlichen Vermietung, also wenn du eine Wohnung kaufst, um sie langfristig zu vermieten, hier brauchst du doch eher einige Jahre, eher einige Jahrzehnte, damit du hier die vollen Vorteile von dieser Langfristvermietung siehst, kannst du mit Airbnb schon deutlich schneller ins Geldverdienen kommen. Wenn ich an mein Portfolio denke, von meinen 50 Wohnungen habe ich ungefähr eine durchschnittliche Nightly Rate, also was die Nacht im Schnitt kostet, zwischen 80 und 120 Euro pro Nacht. So, in manchen Phasen, gerade wenn es jetzt mal Silvester, Weihnachten oder wenn ein großes Konzert ansteht, kann das auch gleich mal 3, 4 oder sogar 500 Euro pro Nacht sein. Aber wenn ich jetzt bei meinem Durchschnittswert bleibe, eben diese 80 bis 120 Euro pro Nacht, wenn ich da nochmal den Mittelwert bilde, komme ich auf 100 Euro, aber keine einzige meiner Wohnungen kostet mehr als 1000 Euro Miete im Monat. Das heißt, wenn ich eine durchschnittliche Wohnung, wenn ich da 10 Nächte im Monat verkaufe, habe ich schon meine eigenen Mietkosten wieder drin und kann beginnen mit den zusätzlichen Nächten, die ich ab dieser 10. Nacht dann verkaufe, andere Kosten zu tragen, beziehungsweise irgendwann kommt man dann auch in die Gewinnzone. Und bei Airbnb eben zum Glück relativ schnell, vor allem im Vergleich zu anderen Geschäftsmodellen. Mit Zusatzleistungen wie Early Check-ins, Kinderbetten oder vielleicht einem Parkplatz, den du mitvermieten kannst, hast du die Möglichkeit, deine Einnahmen und deine Profitmarge noch weiter zu erhöhen. Also ihr seht, hier gibt es Wege, wie du deine Profitmarge noch weiter erhöhen kannst. Der nächste große Vorteil ist die Flexibilität und die Kontrolle, die mit deiner Airbnb-Vermietungsbusiness einhergeht. Es beginnt schon bei der Auswahl der Wohnung, bei der Einrichtung der Wohnung. Hier ist so eine große Flexibilität, aber auch Kontrolle, wie du das Ganze angehen möchtest, solange deine Gäste happy sind. Und deine Gäste sind dann happy, wenn du als Gastgeber fast nur 5-Stern-Bewertungen bekommst. Und solange du eben diese 5-Stern-Bewertungen bekommst, hast du eine recht hohe Flexibilität, wie du das Ganze angehen möchtest. Du kannst ja schon mal aussuchen, welche Gäste du akzeptieren möchtest. Kann zum Beispiel jeder dein Airbnb buchen oder musst du deine Gäste im Vorhinein bestätigen, damit sie bei dir buchen dürfen. Du kannst überlegen, möchtest du es deinen Gästen ermöglichen, dass sie nur nächteweise bei dir bleiben, eine Nacht oder vielleicht zwei Nächte. Oder ist es dir wichtig, dass sie immer gleich eine ganze Woche bleiben. Du bestimmst, wann sie einchecken müssen, wann sie auschecken müssen und so weiter. Das heißt, du hast ja eine sehr große Flexibilität und auch eine große Kontrolle, wie du dein Airbnb-Business angehen möchtest, damit es eben möglichst gut zu deinem persönlichen Lebensstil passt. Das ist etwas, das bei anderen Geschäftsmodellen nicht so einfach ist, wo du es nicht so einfach kontrollieren kannst, wie du das eben managen möchtest. Und auch im Betrieb selbst hast du natürlich ein hohes Maß an Flexibilität und Kontrolle. Du kannst deine Gäste selbst persönlich einchecken. Du kannst jeden selbst kennenlernen und einchecken. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Gästekommunikation und die Reinigung. Entweder du machst es selbst oder du überlegst ein System, wie deine Gäste automatisiert selbstständig in die Wohnung kommen oder wie du die Wohnungen reinigen lässt. Wie du das machst, ganz egal. Hauptsache ist nur, dass du am Schluss eben deine 5-Sterne-Bewertungen bekommst. Und das Ganze geht natürlich Hand in Hand mit deinem persönlichen Zeitmanagement. Wenn du gerade Zeit hast und möglichst viel aus dem Airbnb rausholen möchtest und du auch keine Angst hast vor ein bisschen mehr Arbeit, kannst du natürlich deine Airbnb-Einstellungen so wählen, dass du zum Beispiel auch am Wochenende Gäste eincheckst oder dass deine Gäste nur sehr kurze Aufenthalte bei dir machen können, zum Beispiel wenige Tage, und du so möglichst viel aus deinem Airbnb rausholen kannst. Wenn du aber zum Beispiel siehst, hey, im Juli, da möchte ich selbst auch Urlaub fahren und habe keine Lust, mich mit meinen Airbnb-Gästen herumzuschlagen, dann blockierst du einfach deinen Kalender und hast so die Möglichkeit, sehr flexibel zu bestimmen, wann du als Airbnb-Gastgeber aktiv sein möchtest und wann eben nicht. Und vielleicht noch ein kleiner Softpark am Rande, wenn du zum Beispiel Freunde und Familie auf der ganzen Welt verteilt hast und die dich mal besuchen wollen, aber in deiner eigenen Wohnung oder in deinem eigenen Haus ist kein Platz, dass du die ganze Verwandtschaft bei dir unterbringst, hast du natürlich mit einem Airbnb auch die Möglichkeit, Gäste und Freunde von dir dort unterzubekommen. Und jetzt liegt es natürlich an dir, ob du knausig oder großzügig bist, welchen Preis du hier deinen Freunden und Verwandten anbieten möchtest. Aber es ist ein cooler Perk, wenn du weißt, du hast da etwas in petto, es ist eine große Hochzeit oder ein großes Familienfest und du weißt, jemand kann bei dir untergebracht werden. Mit Airbnb hast du also ein Geschäftsmodell, das a. relativ flexibel ist und b. du dennoch sehr gut kontrollieren kannst und es so an deinen persönlichen Lebensstil anpassen kannst. Und wenn du jetzt wie gerade besprochen, wenn du es schaffst, dein Airbnb regelmäßig mit Gästen zu befüllen, dann solltest du es auch schaffen, regelmäßig ein Einkommen damit zu erzielen. Und das ist auch der vierte Vorteil von Airbnb als Geschäftsmodell, dass du hier ein regelmäßiges Zusatzeinkommen verdienen kannst. Zuschnittlich werden deine Gäste meistens ein paar Tage oder vielleicht nur eine Woche bei dir bleiben und nach jedem dieser Aufenthalte bekommst du von Airbnb auf dein Konto das Geld ausbezahlt. Und das hat zwei große Vorteile. Einen, sagen wir mal, psychologischen, weil du weißt, hey, jede Woche kommt da ein bisschen etwas bei mir an, kommt am Konto etwas an und der Kontostand sollte langsam größer werden und nicht kleiner. Da siehst du also, hey, ich habe da etwas, das gut funktioniert, wirtschaftlich gut funktioniert. Und das Zweite, was, glaube ich, viele unterschätzen, mit Airbnb musst du nicht auf diesen einen großen Abschluss hinarbeiten, der vielleicht etwas wird oder nicht. Dieser eine große Deal, der vielleicht einige Jahre Arbeit braucht und dann eben entweder ist das ein Riesengeldgewinn oder eben auch nicht, sondern du hast die Möglichkeit, mit jeder kleinen Buchung kannst du Geld verdienen. Und auch jede kleine Buchung sollte in sich schon sich positiv rechnen. Mit Airbnb wirst du also nicht von heute auf morgen ein Multimillionär werden, du wirst nicht von heute auf morgen reich sein, aber Airbnb bietet dir die Möglichkeit, ein Zusatzeinkommen aufzubauen, das sehr regelmäßig und planbar ist. Und wenn du jetzt in dieser Situation bist, dass du mit Airbnb begonnen hast, Geld zu verdienen, vielleicht sogar schon dein erstes Investment von der Einrichtung damals zurückgezahlt hast, dann stehst du jetzt vor der Qual der Wahl, was du mit diesem Geld machen möchtest. Du kannst es investieren in einen ETF, du brauchst es vielleicht für dein Haushaltsbudget oder du haust es einfach selbst am Kopf, fährst selbst auf Urlaub, alles gute Optionen. Aber, und das ist der letzte große Vorteil der Airbnb-Vermietung, auf den ich jetzt hier eingehen möchte, Airbnb ist ein Geschäftsmodell, das gut skaliert. Das heißt, wenn du jetzt mal Geld mit Airbnb verdient hast und du siehst, hey, dieses Geschäftsmodell, das gefällt mir, dann hast du hier die Möglichkeit, dein Airbnb weiter und größer aufzubauen. Und das deswegen, weil wenn du es richtig angehst, du die Möglichkeit hast, dass du mit einem wachsenden Airbnb-Betrieb, dass du hier auf einige positive Skale, Effekte treffen solltest. Und zwar, dass es in Summe günstiger wird für dich, dass es in Summe effizienter wird für dich und dass du so in Summe über deinen gesamten Airbnb-Betrieb gerechnet mehr verdienen solltest, als wenn du nur eine einzige Airbnb-Wohnung betreibst. Und damit du hier ein erfolgreiches, skalierbares Geschäftsmodell mit Airbnb aufbauen kannst, brauchst du in Wahrheit zwei Dinge. Das eine sind Arbeitsprozesse, die belastbar sind, eben auch bei einer hohen Frequenz. Stell dir vor, du musst einen Gast in der Woche einchecken. Das ist eine Sache, aber eine ganz, ganz andere, wenn du in der Woche 30, 40 oder 50 Gäste einchecken musst. Das heißt, hier überleg dir, wie kommst du zu Arbeitsprozessen, die geeignet sind, auch bei einer hohen Frequenz an Gästen und auch bei einer wachsenden Frequenz an Gästen, dass sie auch da funktioniert. Also das heißt, Prozesse, ganz, ganz wichtig für die Skalebarkeit. Und das andere ist natürlich die Auswahl der Immobilien. Stell dir vor, du hast 30 Wohnungen in 30 unterschiedlichen Städten. Dann musst du dir in 30 unterschiedlichen Städten überlegen, wie die Wohnungen gereinigt werden, wie die Wäsche gereinigt wird und so weiter. Das heißt, ganz, ganz komplex. Und hier musst du es schaffen, eben bei der Auswahl deiner Immobilien solltest du darauf achten, gerade wenn du es selbst managst, dass die möglichst nah beisammen sind. Also wenn du es schaffst, dass diese Wohnungen in der gleichen Stadt sind, gut, wenn sie in der gleichen Straße sind, besser. Aber wenn sie im gleichen Haus sind, ist das die allerbeste Lösung für dich als angehender Airbnb-Gastgeber, wenn du hier einen großen Airbnb-Betrieb aufbauen möchtest. Das heißt, diese zwei Dinge, auf die solltest du achten, wenn du Airbnb groß aufbauen möchtest. Ja, Airbnb ist ein skalierbares Geschäftsmodell, vor allem, wenn du auf diese beiden Dinge achtest. Deine Arbeitsprozesse, wie dein Airbnb-Betrieb läuft, also gemanagt wird und andererseits auch bei der Auswahl deiner Airbnb-Wohnungen, dass die möglichst nah beisammen sind, weil sonst brauchst du eben ein Management-Team, das diese Airbnbs für dich managt. Und hier musst du diesem Team natürlich voll vertrauen können, dass das funktioniert. Und jetzt bei mir als Beispiel, ich habe mit Airbnb begonnen vor sieben Jahren und habe damals mit einer einzigen Wohnung begonnen und betreibe jetzt mit meinem Team ein Airbnb-Portfolio von rund 50 Wohnungen. Ich habe während dieser Zeit immer auch andere Jobs gehabt, deswegen wäre ich nie ein Vollzeit-Rbnb-Gastgeber und habe es trotzdem geschafft, dieses Geschäftsmodell auf 50 Wohnungen hoch zu skalieren. Also es ist definitiv möglich, wenn du dich ausschließlich auf Airbnb konzentrierst, kannst du es vielleicht sogar noch schneller schaffen als ich, auf 50 oder mehr Wohnungen zu kommen. Aber selbst in meiner Situation, wie ich das damals aufgesetzt habe, war es möglich eben von 0 auf 50 Wohnungen in knapp sieben Jahren zu kommen. Airbnb ist also ein Geschäftsmodell, das viele Vorteile hat, aber die wichtigsten für mich hier nochmal zusammengefasst sind die geringen Startup-Kosten, die hohe Profitmarge, das regelmäßige Einkommen, die hohe Flexibilität und Kontrolle über das Geschäftsmodell und zu guter Letzt eben auch die Skalierbarkeit. Diese fünf Dinge, glaube ich, machen die Airbnb-Vermietung aus einer Geschäftsperspektive in Wahrheit aus und wenn dich dieses Thema interessiert, dann kann ich dir nur raten, dieses Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Das war es von mir für dieses Mal. In diesem Sinne viel Spaß und bis zum nächsten Mal.